Yo, Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu einer neuen Reaction auf den heutigen Fortnite-Shop. Ihr habt noch bis heute Abend Zeit, um hier die V-Bucks zu gewinnen. Müsst ihr mir einfach nur ein Foto vom Creator-Code ZNOXY senden. Einfach auf Instagram als private Nachricht an mich schicken. Bis heute Abend habt ihr noch Zeit, um hier die V-Bucks zu gewinnen. Also, macht euch das gerne. Und wir schauen uns jetzt den heutigen Fortnite-Shop an. Und zwar, gehen wir an den Anfang. Haben wir da heute... Uh! Ein neuer Skin ist das, oder? Die Chica. Eine Ikon-Reine-Mode. Ich muss erst mal kurz nachschauen, wer das ist, bevor ich mich hier blamiere. So, anscheinend ist sie Content-Creatorin auf Twitch und YouTube und TikTok und kommt aus Kanada. Deswegen kannte ich sie auch nicht, ist meine Ausrede. Ähm, ja, vielleicht kennt ihr sie ja. Hat hier auch ein Backpack dazu. Auf jeden Fall Cleaner Skin. Gefällt mir. Hat fünf verschiedene Styles. Ah, nee. Stand da fünf verschiedene? Doch, hier steht fünf. Cooler Skin für 1.500 V-Bucks. Dann noch ein Speer dazu. AI das Speer. Okay, auch nice. Hat hier auch zwei verschiedene... Uh, okay. Warte, der Skin war auch reaktiv, oder? So wie das aussah. Der reaktiv ist die Streifen durch Eliminierungen aufleuchten. Okay. Cool. Auch eine reaktive Funktion. Und ein neuer Tanz. Ah, das ist cool. Okay, der ist cool, der Tanz. Den mag ich, den, den hole ich mir direkt auch. Also cool. Nices neues Paket. Das chica Paket, wenn man alles zusammenkauft, spart man auch 800 V-Bucks, was ecklich gut ist. Ähm, ja, wie gesagt, ich verschenke heute noch V-Bucks. Wenn ihr hier V-Bucks gewinnt wollt, einfach nur kurz in den Itemshop gehen. Hier unten rechts auf den Credit-Code klicken und das Snoxy eintragen. Also wie mein Kanal Snox. Mit einem I am Ende dran. Snoxy. Davon ein Foto machen und mir das einfach auf Instagram als private Nachricht schicken. Ja, meine Nachrichten sind da offen. Das heißt, mir kann jeder auf Instagram schreiben. Und bis heute Abend habt ihr noch Zeit, mir das zu senden. Genau. Und, äh, dann schauen wir mal, was heute noch so im Shop drin ist. Der Menschen ist wieder da. Der Alien-Skin, den man so, äh, verschieden customizen kann. Genau, schaut dann so aus. Ja, finde ich ganz okay. Bisschen teuer vielleicht. Die Frosting-Freunde, die beiden Eis-Spiele, finde ich nicht so cool. Zuki, geiler Skin mit nicem Backpack. Mag ich. Die Kupferwespe mag ich ja nicht so. Und auch die Hacke ist mir zu mächtig irgendwie. Die Lackierung ist in Ordnung. Schaut zwar ein bisschen special aus, aber ich mag eher die animierten Lackierungen. Die stärker animiert sind Trinity-Trooperin für 800 V-Bucks. Oh, auch nice. Kinder-Skin. Dann haben wir noch von gestern das neue Panther-Paket. Joa, hab ich mir jetzt noch nicht geholt. Aber, actually nicht, nicht schlecht, das Paket. Kostet auch insgesamt nur 1,6, wenn man sich alles hier zusammenholt. Ähm, oh, die kann ich auf jeden Fall empfehlen. Die Stachlige-Streiterin, einer meiner Lieblings-Skins in Fortnite. Ich sehr empfehlen die Markimeisterin. Dann ist es wieder drin für 1,2. Get Gun für 500 V-Bucks. Die Kuhne reinnehmen. Oh, Lamadocke. Auch geiler Emote. Ja, kann ich sehr empfehlen. Und dann haben wir Billy Bounce 500. Und Schattentraining mag ich gar nicht. So ein unnötiger Emote. Wus ich nicht. Aber heute auf jeden Fall gute Emotes drin. Das Omega-Ritter-Paket. Scarlet Witch ist noch drin. Master Chief. Okay, heute sind wieder die ganzen Star Wars-Sahen drin. Immer noch der mexikanische Superheld. Und hier unten hat sich auch nichts geändert. Also die Pakete noch wie gehabt. Äh, ja. Cooler Shop heute. Neues Paket. Seht auf jeden Fall nice. Wie gesagt, Credit Codes Noxy. Könnt ihr gerne eintragen. Schnell ein Foto von machen. Und mir auf Instagram senden. Viel Glück dann alle, die das heute machen. Äh, Auflösung ist dann morgen. Ja, ich würde sagen, wir hören uns dann natürlich auch morgen wieder zum nächsten Fortnite-Shop. Nämlich am Montag starten wir direkt morgens rein. Damit wie jeden Tag. Also, wenn es euch hier gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Wie gesagt, schickt mir ein Foto vom Credit Codes Noxy. Und dann bis morgen, Freunde. Tschüss. Tschüss. Tschüss.